Ihr habt einen so tollen Umzug durchgeführt, der Kunde hat euch seinen Freunden empfohlen. Er mag das Resultat. Ja, weil das Haus ist danach nicht mehr wohnbar, aber Hauptsache die Möbel sind weg. Wir bewegen nicht nur, wir bewegen Herzen. Also genau so klingt auch, glaube ich, ein Flamingo. Ich habe ein riesiges schwebendes Geschenk für... Schau mal, ob du es finden kannst. Sagt er irgendein riesiges schwebendes Geschenk für... Was willst du denn mit riesigen schwebenden Geschenken? Pevroni-Palast. 21 Gegenstände. Also, Maemi, willst du Einzelsachen tragen, dann tragen Traffchen und ich die Doppelsachen. Ich muss mich an diese Steuerung... Nein, das ist ja kein Ding. Deswegen fragen wir doch einfach. Ja. Oh, nicht vergessen. Bitte was? Boss, achtet immer auf uns. Er ist der Beste. Der Beste. Was? Das war's, Maemi. Das war's, Maemi? Aua! Ich wollte die Steuerung umbelegen. Ja, okay, stimmt. Verzeih. Weiter geht's. Weiter spielen, weiter spielen. Ich muss mich alles mitnehmen. Oh mein Gott. Traffi, Couch. Ich geh ins Bett. Achso, Couch. Okay, ja. Oh, nee, jetzt habe ich mich da ran. Ich ja. Gehen wir hinten raus? Wir gehen hinten raus. Vorne passen wir nicht. Ja, wir gehen hinten raus. Warte, ich geh hier raus. Ich glaube, wir müssen erstes andere Zeug. Das sind wir nicht. Das sind wir... Gar nicht. Es gibt kein Muss. Es gibt nur ein Will. Mein Wille ist es auch ein Umzugsunternehmen. Spring, Traffi. Spring, damit ist man stärker. Okay, ich glaube, wir müssen... Ach, das ist noch... Tag, siehste? Mein Wille ist... Oh, Räume. Boah, jetzt komme ich gar nicht mehr klar hier mit vorne und hinten. Siehste, jetzt jammert der auch noch. Oh, dieser scheiß Katzenzunnel hier. Zieh den mal wieder. Ich werde von einer Schildkröte... Ist das was zum... 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 Zum Haben oder nicht? Ja, nein. Was auch immer. Das nicht haben. Nimm die Schildkröte mit, wenn sie sich nervt. Ich habe von einer Schildkröte verfolgt. Hilfe. Nimm sie mit. Ein neues Haustier. Meine Güte, wir haben schon drei Sachen geschafft. Wow. Schildkröte? Wo ist es hin? Komm her. Komm, 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 komm. Meine. Meine Schildkröte. Brauchen wir die hier? Jetzt brauchen wir sie. Wir müssen uns doch wieder rückbeenden. Ja. Oh, das hat Physik. Trägheit und so. Oh mein Gott. Ja, das hat auch was mit Winkels. Oh. Nicht loslassen. Okay. Oh, ein Blumentopf. Oh, naja. Komm du her. Fuck. Zum Glück haben wir noch nichts, was kaputt gehen kann. Haben wir aber richtig gut mit Sachen, die kaputt gehen können. Können. Noins. Zum Tisch. Was? Zum Tisch. Zum Tisch? Oder zum Tisch. Gibt's Essen? So muss es zum Tisch? Ich glaube, wir können es mal alle schon. hier reinkriegen, ne? Ja. Komm nicht durch die Tür. Ach, Tafi, lass den Fernseher, Mikrowelle, irgendwas nennen. Mikrowelle. Kommst da nicht durch. Tafi, ich war drin. Lass uns den Tisch nehmen. Ich darf mal eben über den Kühlschrank. Oder auch. Okay. Macht ihr einfach euer Ding? Ich bin weg. Das ist gut, wie ihr euch aufteilt. Das macht so viel Sinn, eure Aufteilung. Ah, ich möchte niemals mit euch umziehen. Es gibt so viele Dinge, die ich mit euch nicht machen möchte. Ein Restaurant könnte umziehen. Ich versuche, den Wagen reizugehen. Ich könnte übrigens noch werfen. Möchtest du nur mal ganz kurz sagen, ne? Ja, toll. Tafi, ey, du bist der Held. Tafi, ist ein Held. Jetzt steh nicht da rum, Tafi. Hilf mal, Emi. Emi, was tust du? Du hast mich allein gelassen. Ich hab gesagt, drück' da raus. Du musst den, wir müssen den da reinholen. Der muss doch rein da. Wer ist doch drin? So, jetzt ist noch der Kühlschrank. Komm her, Emi. Wir machen jetzt den Kühlschrank hier. Vielleicht ist ja so ein Weg da. Mit dem fetten Rollstuhl. Behindert haben sie Rücksicht. Ein Stück. Ich bin deine geistige Behindertung, bist du selbstverantwortlich. Werfen. Das sieht blöd aus. Werfen. Los, sieben. Werf. Wirf doch einer. Oh, ihr seid. Ein Hindernis der besonderen Art hier. Jetzt ist der Grill wieder draußen. Oh, ihr nehmt. So, was auf hier. Der kackt Tisch muss weg. Mach. Das tut ihr. Niemand tut ihr was. Tafi steht nur rum. Wollt ihr nicht den Kühlschrank hier hinten rein, wo der Grill jetzt ist? Dann nehme ich den Grill auf. Okay, Emi, lass uns reden. Lass uns reden. Was tun wir? Nein, wir reden nicht. Oh mein Gott. Geh doch. Also, das ist... Das ist ein Schildkröte, der hat mich gebissen. Ich glaube, das bedeutet, dass sie dich mag. Emi, das bist du. Ich mag sie auch. Ja, ich kann nicht helfen. Das läuft schlimmer als das andere Spiel. Oh mein Gott. Das ist ein Schildkröte, der ist ein Schildkröte, der ist ein Schildkröte, der ist ein Schildkröte ausgeliefert. Das ist ein Schildkröte. Oh mein Gott. Mein Gott, das ist so gut. Und so schlecht zugleich. Ha ha ha. Hallo, mein Name ist Dazzle Hoof. Wow! Sie sind berühmt! Das ist ein Geschenk! Das ist ein Geschenk! Ich habe noch die Quittung, falls das Geschenk nicht passt. Mein Teapot! Jetzt ist bloß noch einstau, oder? Ich weiß nicht, ob er immer das gleiche gemeint hat. Vielleicht kann man das am Anfang nicht bekommen, weil du es ja nicht eingesammelt hast. Möglich. Na gut. Auf ins Basketballhaus! 20 Gegenstände! Guck mal, da können wir schon mal angucken, was zu tun ist. Gott, haben wir angeguckt. Versuchst du jetzt hier großen... Ja, ja, guck mal, das ist ein guter Tipp eigentlich. Nicht gelesen. Zuerst die großen Sachen reinpacken. Der Kunde wünscht, dass seine Sachen nicht kaputt zu machen. Wat? Wir werden vorsichtig sein. Kein kleiner Scherz. Wir haben alles versichern lassen. Zerschlag nach Herzenslust. Yes! Go! Erstmal die großen Sachen. Trafi, Trafi, Hand... Hier, komm mal her. Das werfen wir aus dem... Gehen wir auf die andere Seite. Wir werfen das jetzt hier raus. Werfen heißt, annehmen und werfen. Fast. Schon gut? Werfen. Ja, mach ich doch. Nee! Machst du nicht! Okay. Hat funktioniert, sagen wir. Wir nennen es mal funktioniert. Wir definieren das als... In die Ecke. In die Ecke. Oh mein Gott! Nicht mich in die Ecke. Trafi, raus aus der Ecke. So. Das ist noch für zwei Leute. Ja, oder? Willst du da mal eigentlich kommen? Willst du hier die Tür kommen? Oh, geil! Das ist auch... Ich trägst das Piano. Ich trag dich da an, überhaupt auch. Wo bin ich? Ich bin der! Ich hab mich völlig verwechselt gerade mit dir, Maimi. Die sehen doch so gleich aus. Ich weiß. Ja. Auf jeden Fall. Komm, Trafi! Rettung is on the way! Oh. Bam, bam, bam! Zum Glück hat er so eine große Tür. Komm, komm, komm. Warte. Ich häng' fest. Ravi! Hilf mir! Bitte! Tetris! Komm mal, Tetris! Sehr gut. Hat funktioniert? Na ja, du da. Wuiiii! Ich stelle mal hier schön ab. Schön sicher. Hier. Oft mehr der Tür hier. Oh, dieses Gestrüpp hier! Das ist Bäumenent. Ihr redet zu wenig. Was macht ihr da? Ich hab keine Ahnung. Ich... Boah. Überfordert! Ein wenig, ne? Es ist dezent überfordernd. Dieses Spiel. Wirkliche Rolle. Oh, diese Katzenrollen! Morgias, es kann nicht weggehen hier, oder wat? Du kannst die wegnehmen, auf jeden Fall. Ja. Ich bin weg hier. Wir röm' das mal weg da. Na! Na, das schon. Warte, ich komme. Will ich tischen? Ich steige das doch alles im Weg hier. So. Äh, äh. Okay, warte, 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 warte. Lass es werfen. Nicht werfen? Okay. Ich hätte es hier geworfen. Aber gut. So. Passt. Steht. Hier ist noch irgendwas. Der Kühlschrank ist noch zu zweit. Der Rest ist nur noch einzeln. Äh, äh, äh. ... Warte, ich gehe auf die andere Seite. Da, Mimi, du kannst dir das Huhn noch gerne mitnehmen, was da gackert. Ich weiß nicht, was du meinst. Gut. Trapias Trapias Das tun Ich hol es Ja Ja Nehm es mit So ein Angestellter Zwangsverpflichtet So wie wir Nein, will ich nicht Das da möchte ich Nein, ich möchte Das sind die letzten beiden Sachen Ja, das sind die letzten beiden Sachen Jawoll Komm mal, das ist sogar Silber? Ja Komm hier mal Huhn Da ging schnell Wir haben die Ohl zerschlagen Wir haben den Fernseher aufzuschlagen Der arme Fernseher Nein, nicht Silber Oh Ah, vier Sekunden Oh Gott, wir haben nichts Wir haben alles falsch gemacht Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnienchen Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da Danke Cool Cool Untertitelung des ZDF, 2020